Das ist mir selber unangenehm, aber stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn ich da so einen Geldschrank sehe, dann muss ich ran an das Ding und dann muss ich dran rumfummeln. Das ist eine Art Manie geworden. Manie ist gar nicht der richtige Ausdruck. Es kostet mich eine Stange Geld. Stellen Sie sich vor, die Leute verlangen immer von mir, dass ich ihm den Geldschrank als Schrank aufmachen will. Und wie Sie noch ein gewisser Herr Kran war. Und Sie ein gewisser Herr Tschernikoff. Ja, ja, ja. Unter uns. Ich bin schrecklich neugierig, ob der Film gut geworden ist. Na, hoffentlich doch. Na, wollen wir uns mal ansehen? Ja, gern. Auf, auf in die Vorführung. So, lassen Sie mich nicht stören. Bitte sehr. Herr Wassermann. Danke. Donnerwetter. Ist ja allerhand. Was ist denn das für ein komischer Herr? Ein gewisser Herr Kran. Darf ich vorstellen? Herr Hauptmann Gordon? Fräulein Dolin, die beste Freundin meiner Frau. Ich bitte dich, Viola. Du musst mir helfen. Aber ich kann doch nicht an den Tresor deines Mannes gehen. Oh, streng Sie Ihre Augen nicht an, Herr Hauptmann. Die Papiere sind nicht im Tresor. So, wo sind Sie dann? Man hat den Erfinder heute Nacht ermordet. Die Pläne sind geraubt. Sie irren sich, mein Herr. Aber nein, Frau Mervin, nicht wahr? Sie werden sich sofort erinnern, gnädige Frau. Der Überfall, die Dokumente. Achtung, Polizei. Halt, Hände hoch. Wir sind also Feinde. Im Gegenteil. Jetzt fängt erst die wahre Freundschaft an. Eigentlich könnten Sie mir gefallen. Na und? Jetzt habe ich erfahren, dass der Mann, auf den diese Beschreibung passt, ein gewisser Herr Kran ist, der gestern Nacht plötzlich abreiste. Ewig blum wie das Meer Lacht dein Himmel mir, Bella Venezia Ist das Herz mir auch schwer Du bist Sonnenschein, Bella Venezia Fern von hier Fern von hier Gilt all mein Sehnen nur dir Ewig blum wie das Meer Lacht dein Himmel mir, Bella Venezia Lacht dein Himmel mir, Bella Venezia Lacht dein Himmel mir, Bella Venezia Fabelhaft, aber ist ja kein Zusammenhang da, mein Junge Das haben Sie alles durcheinander geworfen Ja, meine Herren, zusammenhängende Teile darf ich Ihnen ja leider nicht vorführen Wenn Sie den ganzen Film sehen wollen, dann müssen Sie schon ins Kino gehen Aha Was Sie nicht sagen Dann müssen Sie schon ins Kino gehen Lacht dein Himmel 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 Inferno